SWIRL TV Stream what you really like Blutiger Schnee, absurde Figuren und jede Menge schwarzer Humor. Die grandiose Thriller-Serie Fargo basiert lose auf dem gleichnamigen Kultfilm der Brüder Cohn und wird dem Vorbild in jeder Hinsicht gerecht. Überragende Hauptdarsteller und eine groteske Atmosphäre machen die erste Staffel von Fargo zum Meisterberg. Ich möchte verkaufen, es gibt noch ein Problem. Die alte Dame, sie wohnt dort. Das ist nicht gut. Sie ist 90. Das klingt besser. Was tun Sie in diesem Haus? Mir gehört diese Wohnung und mir gehört auch Madame Girard. Auf ein langes Leben. Prost. Ein hübsches Appartement in Paris als Erbe. Kevin Klein reibt sich als abgehalfterter New Yorker in My Old Lady schon die Hände. Aber zu früh gefreut. Als Dreingabe gibt's eine 92-jährige Dame, gespielt von der reizenden Maggie Smith. Von nun an wird in der charmanten Komödie wundervoll schwarzhumorig gezankt. Sichern Sie die Kreuzung. Wenn Sie die Truppen nicht aufhalten, sind wir alle am Arsch. Sie sind alles, was wir haben. Nicht vom Titel beirren lassen. Bei Herz aus Stahl handelt es sich um einen großartigen Kriegsfilm. Sicherlich wäre er noch grandioser geworden, wenn er ein paar Themen weniger ansprechen würde. Aber die Darsteller um Brad Pitt machen dererlei Schwächen locker wett. Nach 400 Jahren der Sklaverei sind die Dinge hier sehr viel schlimmer geworden. Lass dir sagen, Bruder, du musst sie freilassen. Ist das eine Drohung? Ja! Bis hier jemand irgendwo hinwandert, vergeht eine Menge Zeit. Ridley Scott zieht seinen Moses-Film Exodus, Götter und Könige gnadenlos in die Länge. Episch ist hier nur die Effekthascherei. Und das einzig Spektakuläre ist die Belanglosigkeit der alttestamentarischen Wuchtbrumme. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.